Hey Leute, willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich eine Verlosung für euch. Ich werde einige 130er Waffen an euch verlosen und ja, ihr werdet gleich sehen was das ist. Das sind ein paar mehr, falls ihr noch irgendwas brauchen solltet oder so, schreibt mir gerne. Ihr könnt mir über YouTube in die Kommentare schreiben, Instagram, Discord oder wo auch immer, wie ihr wollt. Und ja, da hinten liegen auch schon die Waffen. Alles legendäre Waffen, 130er. Und das einzige was ihr tun müsst, um diese Waffen zu bekommen ist, mir auf Instagram zu folgen. Ich heiße da Max Kaske, kleingeschrieben und zusammengeschrieben. Und einen Kommentar zu schreiben mit eurem Instagram Namen, dann schickt ihr mir privat über Instagram, dass ihr meinen Creator Code eingetragen habt. Und unter euch werde ich dann auslosen. Ich antworte euch dann über Instagram und dann werdet ihr die Waffen bekommen. Dann lade ich euch zu mir in die Lobby ein. Und ja, hier eine Full-Leggie-Eisbiss ist das auf jeden Fall. Eine Full-Blue-Kürbiswerfer und Full-Blue-Totengräber, was ihr bekommen werdet. Und falls ihr noch irgendwas braucht, ja, wie gesagt, schreibt mir gerne. Bei 300 Aufrufen wird die Auflösung kommen. Ich werde die nicht auf YouTube hochladen, sondern ich werde der Person privat anschreiben über Instagram. Und ja, falls ihr wissen wollt, wer das gewonnen hat, könnt ihr mich auch gerne immer wieder anschreiben. Und ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon mit diesem Video. Danke, dass ihr euch das bis hierhin angeschaut habt. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da, wäre mega korrekt. Und ja, haut rein. Und ja, haut rein.